5 Minuten vorbei. Jetzt zeig ich noch ne glitschige Welt. Und hier das Kampfturm. Das erste mal, wo ich hier war, war ich wie... WTF?! Aber, ja... Naja, wenigstens funktioniert die Mario-Camp. Man kann jetzt bestätigen, dass diese Stage hier noch als Alpha-Version... ...dass man's Alpha-Version nennen kann. Aber weshalb als Schalter-Palast? Noch einmal, weshalb als Schalter-Palast? So, falls du nicht verstanden hast, beim ersten Mal. Weil, nun ja, das ist doch der Ort, wo man gegen Container kämpft und nicht, wo man... ...Flügel bekommt. Ach, herrje, wie seltsam. Jedenfalls, man kann das Level nicht beenden, indem man einfach so... Au! Das tat weh! Man könnte noch hier weiterlaufen. Und, ja... Ich bin rausgekommen, indem ich bemerkt habe, man kann den Kurs verlassen. Echt dämlich von mir, dass ich das nicht sofort bemerkt hatte. Hm. Huch! Glitch wurde bewogen, dass man nicht mehr hochspringen kann. Huch! 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 War das mit Monster-Menschen? Huch! Huch! Das ist doch, wo ich nicht die acht rote Noten finden konnte. Huch! Glitch! Musik stimmt nicht! Ja! Nächster Glitch! Sehr Mario, da bist du wohl nichts einwerfen können. Nächster Glitch ist... Man kommt runter... Man kann ins untere Ende kommen. Und es erforschen! Wuhuu! Nächster Glitch ist... Den will ich nicht mehr einmal zeigen. Ich habe die Wette bei Pause deswegen verloren, dass er niemals Mario empfangen kann, wollte ich sagen. Hat aber geschafft. Okay, Kameraglitch sich in der Unterwelt. Da drinnen... Von hier sieht's nichts aus, aber von der anderen Seite... Ach! Komm hinein, Mario-Pan! Jedenfalls da drinnen sind Gitterstäbe und wenn man erst da drinnen gelandet ist, kommt man nicht mehr raus. Wuhuu! Ist doch klasse! Jedenfalls, äh ja... Da sind wirklich alle Glitche. Also hier werde ich wohl nicht mehr die letzte Münze aus dem finden können. Das habe ich so oft probiert und... Hä? Ach ne, die habe ich ja gefunden. Äh, Mario! Ich glaube, du hättest es nicht tun sollen. Uah! Seltsam! Kapier, ich nicht versagt dein Loch zumindest. Versuch's in die Schrift zu kommen, aber das schaffst du wohl nicht. Hm. Sehr. Du hast die Bucket Bay Glitches auch abgeschlossen. Und tut mir leid, ich werde diese acht Tote Note noch möglich finden. Ich habe es schon aufgegeben. Ähm... Mal nachdenken. Ich schätze, das wird ein zweiteiliger Teil. Oder... Sind das jetzt schon zwei Teile? Naja, könnte sein. Mal sehen, ob es hier noch einen Glitch gibt. Oh! 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 Wie nice! Vielleicht solltest du dir einen roten Münzenstern hin tun oder verschlage alle Malwürferstern? Ja! 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 Glitch, man sieht das Maulwurf nicht. Noch nicht. Nicht immer. Die Fackeln werden wehtun. Ich muss natürlich festmachen. Animiert mit einem 3D-Objekt von Banjo-Kazooie. Viel besser als meine Textur. Elfersüchtig. Super Sonic Speed. Mein Atem, gibt es da sonst noch einen Glitch? Schätze nicht. Ja! den Sternkriege. Da gibt's den Mad Monster Mansion. Schlechte Idee hier irgendwie. Welcher Glitch gab's hier? Fünf weitere Minuten sind schon vorbei. Sehr okay. Bis gleich, Leute.